Kapitel 30 In der Bank In dieser Nacht, nach einem mehr oder weniger gefühlvollem Zusammenkommen, lagen Blaze und Seamus zusammen und schauten aus dem Fenster mit dem Blick auf den Park. Der Mond oder was auch immer hier Licht in der Nacht spendete, schien auf die Bäume und die exotischen Pflanzen. Woher hast du bloß diese Gabe? Welche? grinste Seamus. Dass ich dich glücklich mache? Blaze boxte Seamus. Du bist doof, weißt du das? Hey, du sprichst mit einem körperlich Versehrten. Davon habe ich eben nicht viel gespürt, Seamus. Du hast mich wo auch immer hingefögelt. Ja, das kriege ich irgendwie immerhin. Blaze schaute Seamus an und lachte dann. Hahaha, du bist unmöglich, aber genau dafür liebe ich dich. Nein, ich meine das mit dem Planen. Das weiß ich auch nicht, nur dass es schon immer so war. Wenn andere Kinder Verstecken spielten, schaute ich einfach nur die Umgebung an und überlegte, was ich an der Stelle von X oder Y gemacht hätte. Das hatte zur Folge, dass keiner mehr mit mir Verstecken spielen wollte, weil ich immer alle fand. Blaze lächelte, beugte sich vor. Hm, meinst du, dass du noch mal was verstecken könntest? Seamus sah das Funkeln in den dunklen Augen. Was denn? Seamus spürte die Hand von Blaze, die sich über seine Brust zielstrebig nach unten bewegte und auf dem wieder halbsteifen Schwanz liegen blieb. Na, das zum Beispiel. Wenn du meinst, dass du morgen gar nicht mehr sitzen willst, könnte ich es wohl noch mal versuchen. Tu es einfach, Shame. Zeig es mir. Ich liebe dich. Und so zeigten die beiden sich ein weiteres Mal, wie sehr sie sich liebten. Seamus nahm es mittlerweile an. Er hinterfragte es nicht mehr. Blaze war und blieb bei ihm. Ein paar Räume weiter schaute Severus auf einen schlafenden Waldgeist hinab und fühlte wieder die Liebe, die er empfand, über sich zusammenschlagen. Er konnte es wieder einmal nicht fassen. So lange hatte er gelebt, immer auf der Suche und nie hatte jemand ihn angenommen. Dann starb er und jetzt lag der Traum von ihm in seinem Bett. Neville hatte den alten, schon einmal toten Mann einfach angenommen. Neville liebte ihn, doch auch wenn er so viel älter war als der Kleine. Dieser zeigte ihm immer wieder, dass es auf all das nicht ankam. Nach ihrer ersten Nacht wäre Severus am liebsten weit fortgelaufen. Doch Neville hatte ihn an diesem Morgen aufgehalten. Er hatte ihn ins Bett zurückgedrückt und ihm gefragt, was jetzt los wäre. P.O.V. Severus Severus, was hast du vor? Neville, das hätte nicht passieren dürfen. Ich kann das nicht. Severus sah, wie Neville ihn anschaute. Doch die ganze Zeit drückte er ihn auf die Matratze. Und Severus war wieder einmal erstaunt, wie kraftvoll Neville sein konnte. Was kannst du nicht, mich anschauen, in einer Nacht, in der du mir die Sterne vom Himmel geholt hast, weil ich zu jung bin, weil du mein Lehrer warst? Sag mir, was stört dich? Ja, ich bin zu alt. Ich war immer unfreundlich zu dir, zu den anderen. Ich war tot. Neville grinste. Na, nach Tod hat sich das diese Nacht nicht angefühlt? Im Gegenteil. Du warst heiß. Du hast mich genommen. Oh, ich vergaß. So etwas sagt man ja nicht. Gut. Also, du hast mich gefühlvoll und wild gefickt. Ist das dem Leerkörper genehm? Severus, ich habe nicht vor, nach dieser Nacht alleine zu bleiben. Ich bin mir sicher, dass ich dich liebe. Warum also ist es falsch? Dein Alter stört mich nicht. Du bist nicht mehr mein Lehrer. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Sonst würdest du wohl kaum mit deinem Schwanz in meinen Arsch dürfen. Neville. Ich. Es geht. Und dann hatte Severus gesehen, wie Neville anfing zu weinen. Dicke Tränen liefen über das Gesicht. Er schaute auf seine Hände und stand dann auf. Nackt, wie Merlin ihn geschaffen hatte, stand er heulend vor dem Bett. Dann geh. Ich habe kein Recht, dich zu halten. Aber wenn du die Tür hinter dir schließt, wirst du mein Herz mitnehmen. Du hast mich entjungfert. Ich habe mich dir aus Liebe geschenkt. Was für ein blödsinniger Satz. Ich wollte, dass du mich fickst, eben weil ich dich liebe. Ich hatte kein Mitleid. Und es war auch kein Alkohol im Spiel. All das, was letzte Nacht geschehen ist, habe ich bewusst und freiwillig getan. Aber wenn du meinst, dann geh. Ich kann dich nicht halten. Behalte das, was du von mir geschenkt bekommen hast, in Ehren. Denn es ist mehr, als du all die Jahre erfahren hast. Dann hatte sich Neville herumgedreht und war ins Bad gegangen. Und Severus lag wie vom Blitz getroffen im Bett. Die Worte halten in ihm wieder. Geh und wirf es fort. Konnte er das? Und wollte er das? Der Kleine war nah an ihn herangekommen. Viel zu nah. Er stand vor seinem Herz und war dabei, es zu ergreifen. Konnte er das zulassen? Er schaute auf seine Hände, an seinem Körper herab. Dachte an die vergangene Nacht. Dann stand er auf. Er ging zur Tür zum Bad und öffnete diese. Er sah, wie Neville in der Dusche stand. Doch kein Wasser lief. Aber der kleine Waldgeist weinte. Er ging zu ihm und legte seine Hand unter das Kinn. Schau mich an, Kleiner. Woher du auch immer die Gabe hast, mein Herz zu erreichen, weiß ich nicht. Aber die Worte eben haben mir wehgetan. Und gleichzeitig gut. Du bist so viel erwachsener gewesen, als ich es eben war. Du hast mir gezeigt, wofür man einstehen sollte. Für seine Liebe und jetzt lass uns duschen. Und ich bin mir sicher, dass du mein Herz ebenfalls in deinen Händen hältst. Du meinst, dass wir eine Chance haben? Severus nickte und küsste Neville sanft. Das war eine Liebeserklärung auf snaepische Art. Ich bin es einfach nicht gewöhnt, so etwas zu fühlen. Dann lehre ich es dich, Severus. Und Neville hatte seine Arme um den Hals von Severus gelegt und schaute diesen verträumt an, bevor sie sich küssten und danach duschten. POV Ende So fing es eigentlich an, dass er sich auf das Gefühl eingelassen hatte. Heute wusste er, dass er dem Kleinen verfallen war, mit Haut und Haaren. Er liebte Neville. Er brauchte ihn. Dieser hatte sein Panzer aufgebrochen und füllte ihn wieder mit der Wärme, die er so viele Jahre nicht zugelassen hatte. Heute wusste er, dass er dafür erst einmal sterben müsste. Das war alles genauso unfassbar wie die Beziehung von Draco und Harry. Dass ausgerechnet die beiden zusammen waren. Dass Draco Harry vor den Fängen der Weasleys gerettet hatte. Das war auch so etwas. Doch die beiden zeigten jeden Tag, wie sehr sie sich liebten. Und wieder fiel sein Blick auf Neville. Dieser räkelte sich etwas und öffnete die Augen. Und, hast du mich genug angeschaut und kommst wieder zu mir? Ich wollte dich schlafen lassen. Dabei habe ich hier etwas für dich, Severus. Neville lächelte und schob die Decke über seinen Körper zurück und Severus sah die Latte von seinem Kleinen. Oh, hat dir die Nacht nicht gereicht? Ich hatte die Fledermaus im Bett. Davon werde ich nie genug bekommen. Also wenn du meinst, dass du dem jungen, ungeduldigen Waldgeist zeigen kannst, was der ehemalige Lehrer mir zu einem ungezogenen Schüler macht, dann werde ich mich deiner Strafe fügen. Severus lachte und glitt ins Bett. Er schaute Neville verliebt an und küsste ihn. Ich werde niemals von dir genug bekommen. Ich liebe dich, Kleiner. Das habe ich gehofft zu hören. Und nun halt den Mund und zeig mir, wie stark du bist. Dein Wunsch sei mir Befehl. Und dann hörte man nur noch Stöhnen aus dem Zimmer der beiden. Und so kamen am nächsten Morgen die verschiedenen Menschen zusammen. Sie frühstückten gemeinsam. Dann meldete ein Diener das Eintreffen des Direktors der Zaubererbank. Der Kobold trat ein und nickte. Harry, Draco, Seamus, Blaze, Lucifer und Fork saßen zusammen und baten den Direktor, sich ebenfalls zu ihnen zu gesellen. Was, was darf ich für Sie tun? Sie kennen die Zustände auf der Erde. Wir haben vor, auf Dauer etwas daran zu ändern. Aber es bedarf Ihrer Hilfe. Ich war schon immer gerne dem Herrn der Hölle behilflich. Lucifer lächelte. Danke, aber hören Sie Harry und Draco kurz zu. Der Direktor schaute die beiden an. Herr Direktor, wir haben gestern einen Plan ausgearbeitet, um Granger und die Weasleys zu treffen. Wir haben vor, die Hypotheken des Fuchsbaus aufzukaufen und das Gebäude zu übertragen. Das ist eine Möglichkeit. Ja, es gibt Hypotheken auf dem Gebäude, das Fuchsbau genannt wird. Was genau haben Sie vor und an wen wollen Sie es übertragen? Also, Draco und ich dachten, dass wir die Hypotheken erwerben und ablösen. Dann möchten wir, dass das Gebäude und die Ländereien auf Seamus Finnegan und Blaise Sabini zu gleichen Teilen übertragen wird und dass die derzeitigen Bewohner das Haus verlassen müssen. Danach wird der Fuchsbau dem Erdboden gleichgemacht und für die beiden neuen Besitzer wird ein vernünftiges Gebäude errichtet werden. Moment mal, sagte Seamus, das war so nicht abgesprochen. Draco grinste und kuschelte sich an Harry. Ach nein, naja, wir haben den Plan ein wenig geändert. Zum einen, weil wir damit alle treffen können und zum anderen, weil es euch gut stehen würde, neben dem Landhaus deiner Familie. Etwas, was nur für euch ist, ohne Erinnerungen, als Neubeginn, als das, was euch ausmacht, aus etwas Zerbrochenem etwas Liebevolles schaffen. Nehmt es einfach an, es ist nur Gold, mehr nicht, aber es bedeutet so viel mehr. Damit zeigt ihr der Welt, dass ihr zwei etwas geschafft habt, als Vorbild für andere. Blaise saß mit offenem Mund vor den beiden und Seamus schaute nachdenklich. Also, einmal abgesehen davon, dass ihr verrückt seid, das Ganze hat Hand und Fuß. Die Vernichtung des Fuchsbaus würde Ron wirklich treffen, Arthur wohl auch, aber das müssen wir einfach hinnehmen. Ja, der Plan ist gut, sehr gut sogar, aber ich lehne es ab, das alles von euch geschenkt zu bekommen. Hm, ich glaube, du hast keine große Wahl. Nehmt es an oder lehnt es ab, aber wir tun es sowieso. Es ist gleich euer. Auch der Abriss und der Neubau wird vorgenommen. Erst danach werdet ihr machen können, was ihr wollt. Bis dahin tritt Gringotts als Vertreter des Verwalters, Lucifer, auf. Ihr habt euch das Ganze wirklich gut überlegt. Was denkst du denn, Seamus? Ihr beide gehört zusammen, das weißt du mittlerweile auch wieder. Nimm es als Dank für deine Planungen, dafür, dass du uns und alle auf der Erde unterstützt hast, die beiden zu stürzen. Harry war aufgestanden und ging zu Seamus. Weißt du, Shame, ich habe einmal ein wenig für dich geschwärmt. Harry nahm die Hand, an dem die Finger fehlten, in seine. Du warst immer so stark in meinen Augen. Du warst damals für mich einer der schönsten Menschen überhaupt. Deine ruhige planerische Art hat mir immer imponiert. Ich habe in meinem offiziellen Testament sowieso verfügt, dass du etwas erhalten würdest. Weißt du, ich wusste, dass ich sterben muss. Ich bin reich. Ich wollte all meine Freunde daran teilhaben lassen. Nun, es ist anders gekommen, als wir es uns alle vorstellen konnten. Aber du warst für den jungen Harry Potter der Grund, sich mit sich auseinanderzusetzen. Mit seinen Gefühlen und seinen Sehnsüchten. Ich habe diesen niemals nachgegeben, weil ich wusste, dass ich im letzten Kampf sterben werde. Dass ein schnöseliger Aristokratensohn und Todesser mich zu retten meinte, konnte keiner vorhersagen. Und heute bin ich dankbar für diesen Schnösel, dass er das alles getan hat. Seamus, ich liebe Draco so, wie du Blaze liebst. Du bist für deine Liebe gefoltert worden. Nimm es als kleinen Ausgleich für das, was dir angetan wurde. Wir schenken es von Herzen für Menschen, die unsere Freunde sind. Draco war ebenfalls zu Blaze und Seamus gekommen. Ich wusste, dass Blaze einen Schatz in Hogwarts hat. Aber er hat mir nie gesagt, wer dieser ist und dass er zu den Löwen gehört. Damals hätte ich Blaze verflucht. Doch die Zeiten und damit auch Draco Malfoy hatten sich geändert. Ich musste schmerzlich erleben, wie es sich anfühlt, einen geliebten Menschen fast verloren zu haben. Ich wäre heute nicht hier, wenn Harry gestorben wäre. Ich wäre wohl zerbrochen. Ich bitte euch, nehmt es an. Blaze zog Seamus zu sich. Wir sollten es tun, auch wenn die beiden verrückt sind. Das gerade war beeindruckend, sowohl das von Harry als das von Draco. Eigentlich müsste ich auf Harry eifersüchtig sein, aber gegen Gefühle kann man nichts ausrichten. Ich fühle mich fast ein wenig geehrt, dass der Retter Potter keine Chance bei meinem Löwen hatte. Harry grinste. Vielleicht hätte ich mich an dich heranmachen sollen, Blaze. Hey, ich sitze neben dir. Drake und dich habe ich. Du bist alles, was ich mir jemals gewünscht habe. Aber der junge Harry hatte auch Bedürfnisse. Und du warst unerreichbar. Selbst in meinen Träumen traute ich mich nicht an dich heran. An Blaze und Seamus schon. Die vier lachten leise. Dann drehte sich Harry zum Direktor der Bank um. Entschuldigung, aber wir sollten die Papiere unterschreiben. Ich denke, wir haben alles ausgeräumt. Harry, es dauert oft wesentlich länger. Wesentlich länger zu besiegeln. Und es ist schön zu sehen, was Liebe und Freundschaft vollbringen kann. Alle unterschrieben die Papiere. So, nun ist der Fuchsbau offiziell uns. Bitte schicken Sie einen Boten hin. Aber einen, der nicht umgebracht werden kann. Mit einer Frist von... Drei Tage haben alle den Fuchsbau zu verlassen, sonst werden sie per Magie von dem Ort entfernt. Und nach der Überbringung der Aufforderung wird folgende Pressemitteilung in England verteilt werden. Bekanntmachung über die Räumung eines Wohnhauses. Am heutigen Tag hat ein namentlich nicht genannter Käufer die Besitztümer der Familie Weasley, also das Wohnhaus, das man als Fuchsbau kennt, und die dazugehörigen Ländereien käuflich erworben. Die Hypotheken sind in den Besitz der neuen Besitzer übergegangen. Diese haben verkündet, dass die jetzigen Bewohner, also Hermine Granger, Ron und Arthur Weasley, das Gebäude innerhalb von drei Tagen zu verlassen haben. Ansonsten werden die Kobolde für die Vollstreckung der Räumung sorgen. Am vierten Tag nach dieser Bekanntmachung wird das Gebäude abgerissen. Welchem Zweck danach die Ländereien zugeführt werden, hat nicht mit dieser Bekanntmachung zu tun. London im September 1999. Gezeichnet der Direktor von Gringotts. Alle schauten auf die Pressemitteilung und der Direktor grinste, was ihn noch diabolischer aussehen ließ. Das gefällt mir, ich kann mir die Reaktion deutlich vorstellen, vor allem, dass sie nichts unternehmen können, da die Gesetze gelten. Sie haben einen Fehler gemacht, und sie werden den zu spüren bekommen, und durch diesen Fehler werden sie erfahren, was dieser für sie zu bedeuten hat. Dann verabschiedete sich der Direktor und ließ einige Personen zurück, die sich debisch freuten, den beiden Idioten eins ausgewischt zu haben. Ihr habt doch noch etwas geplant, Harry und Draco, also erzählt schon. Seamus, du kennst mich zu gut. Ja, es gibt noch etwas. Am Tag der Räumung wird es weitere Informationen zu der Führerin und ihrem Bettgefährten geben. Ein Interview mit einem Lehrer, der von den schlechten Schulleistungen Ronald Weasleys zu berichten weiß, sowie von einer oder zwei Personen, die Hermine als Domina kennengelernt haben. Von wem redet ihr? Na, als Lehrer wird Severus wohl ausreichen. Victor und Sam werden für die Sensation bezüglich Hermine sorgen. Oh ja, das wird sie wütend machen. Sehr wütend. Es ist der Anfang. Der Anfang vom Ende. Alle lachten und berichteten von dem Treffen mit dem Direktor, dem Kauf und der Mitteilung. Und auch hier lachten alle. Severus und Sam waren genauso wie Victor bereit, ein Interview zu geben. Und auf der Erde saß der Direktor von Gringotts in seinem Büro und rieb sich die Hände. Der Bote in Form einer Nachricht, die sie nicht zerstören konnten, war über das Floh-Netzwerk zugestellt worden. Somit hatte Gringotts auch die Bestätigung, dass diese angekommen war. Ein Herausreden würde es nicht geben. Und es wunderte ihn nicht, dass sowohl Hermine Granger als auch Ronald Weasley kurze Zeit später um einen Termin baten. Natürlich empfing der Direktor diese. Das ist eine Unverschämtheit. Wie können Sie es wagen? Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Zum einen erst einmal einen schönen Tag. So viel Zeit muss sein. Und ja, Sie sind Hermine Granger, die Verlobte von Ronald Weasley. Also haben Sie in dieser Angelegenheit nichts zu sagen, weil der Fuchsbau bis vor kurzem der Familie Weasley gehörte. Und Sie gehören nicht dazu. Hermine funkelte den Kobalt böse an. Das werden Sie büßen! Wie Sie meinen, Miss Granger. Aber ich habe es nicht gerne, wenn in meinem Büro Drohungen ausgesprochen werden. Mr. Weasley, wir haben Ihre Familie, also Ihre Eltern, als auch jedes deren Kinder mehrfach aufgefordert, uns mitzuteilen, wie sie die Hypotheken, die auf dem Gebäude liegen, zurückzuführen gedenken. Nach dem Kampf gegen Voldemort ist keine einzige Zahlung mehr eingegangen. Also haben wir das Gebäude, wie es uns zusteht, zum Verkauf angeboten. Das Ganze öffentlich bekannt gemacht. Und der Direktor legte eine Fälschung von Lucifer über den offiziellen Aushang vor. Auch darauf haben Sie nicht reagiert. Und wir haben einen Käufer gefunden, der die Hypotheken alle abgelöst hat. Damit ist der Fuchsbau zuerst in unseren Besitz übergegangen, weil sie ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind, und dann an den neuen Besitzer. Und dieser hat eben Pläne, die kurzfristig umzusetzen sind. Er hat uns beauftragt, die Räumung und den Abriss zu überwachen. Wer ist der Käufer? Wer wagt es sich, gegen uns zu stellen? Mr. Weasley, der Käufer möchte nicht genannt werden. Aber ich selbst war bei der Unterzeichnung des Vertrags anwesend. Und ich gebe mich nicht mit jedem kleinen Verkauf eines Hauses ab. Sie haben kein Recht dazu, uns das Haus abzunehmen. Wir sind die Führer dieses Landes. Das mögen Sie sein. Aber das hat nichts mit den geltenden Gesetzen über Geldgeschäfte in der magischen Welt zu tun. Sie mögen Macht haben und Menschen foltern können, wie es Ihnen beliebt. Aber auch Sie können sich nicht über die Gesetze der Kobolde hinwegsetzen. Sollten Sie es versuchen, werden wir die kompletten Geldgeschäfte Englands einfrieren und das Land verlassen. Sie hätten schneller einen Bürgerkrieg, als es Ihnen lieb ist. Wie können Sie es wagen, so gegen uns aufzutreten? Wissen Sie, ich bin ein Kobold. Ich bin für Ihre Verhältnisse uralt. Ich leite dieses Institut seit über 400 Jahren. Ich habe Menschen kommen und gehen sehen. Sehr viele. Einige haben versucht, wie Sie, gegen uns Kobolde vorzugehen. In Ihrem Fall lege ich es einmal als Unwissen ab. Wir haben Geschäftsbeziehungen mit allen Regierungen dieser Erde. Mit fast allen magischen Geschöpfen machen wir Geschäfte. Wir sind auch der Unterwelt verbunden. Wir haben eigene Magie, die der ihrigen in vielerlei Hinsicht überlegen ist. Wir sind höflich zu unseren Kunden, solange sie gegenüber uns höflich sind. Sie können uns weder foltern noch mit einem Fluch töten. Gegen die meisten bekannten Gifte, jedenfalls die ihnen bekannten, sind wir immun. Körperlich sind sie uns nicht gewachsen. Wir bewegen uns mithilfe von Teleportation, brauchen keinen Zauberstab. Also was denken Sie, was Sie gegen uns ausrichten können? Sie verfluchter Bastard! Ich werde Sie umbringen! Ich denke einmal nicht, Miss Granger. Aber wie gesagt, wir sind freundlich, solange man uns gegenüber freundlich gesinnt ist. Und das sind Sie nun gar nicht. Oder Sie waren es noch nicht, seitdem Sie hier sind. Also bitte ich Sie zu gehen. Oder nein. Ich spreche für drei Monate ein Hausverbot über Sie aus. Und nun entschuldigen Sie mich, ich habe zu arbeiten. Einen schönen Tag. Und denken Sie daran zu packen, sonst werden wir Sie in drei Tagen aus dem Haus werfen. Und wir überwinden jeden Schutzzauber. Und nun einen guten Tag. Und mit einem Handschwenker standen Ron und Hermine vor der Zaubererbank und konnten das Portal nicht mehr öffnen. Wutentbrannt verfluchte Hermine einige Passanten und apparierte dann zurück in den Fuchsbau. Das würde dieser Kobold noch sehen, sie aus dem Haus zu werfen. Das würde sie zu verhindern wissen. Ende Kapitel 30